hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal im LS19 Challenge Break mit der Chrissy Moin Kevin ja schon Moin sagte wo ich nicht mehr fertig war unfassbar der Junge yo Leute letzte Folge haben wir ja gewisse Sachen gemacht hier und ich bin noch dabei bei dem was ihr im letzten Video gesehen habt und dann das ist ein Ofenrohr und der Rad links und rechts dazu und fertig ist ich soll da nur 53 mal fahren ey der JCB war vielleicht doch keine schlechte und leider ist das LU noch immer nicht da ich glaub das wird in der Aufnummer Session aneimarkommen doch nicht so voll gekommen die aber neul ich seh nicht das Problem zu kleiner und ja der Herr Kollege hat wieder seine 5 Minuten was hab ich ja deine damischen 5 Minuten warum wird denn so langsam Alter ist denn hier los ach so weil ich den Ladewagen anhab ja Moin ja Moin lol die Gas Minion ach du Scheiße 7% haben wir noch zu verdichten und dann können wir uns auf die nächste Arbeit müssen ja verdichten Alter mir kommt noch mehr Silage da ich leider hab ich ja nichts mehr das muss erst wieder nachwachsen ja das weh du hast zwei Wiesen gehabt da nicht ja 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 du bockerst kannst du bei mir auch noch verdichten ja gerne ja 1000 Euro die Stunde ha 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 Junge willst du noch einen Goldbach in die Erde geschmissen haben oder was nein mach mal 10 Euro die Stunde dann passt ja 10 Euro die Stunde und dann verdichten wir bei mir kann ich schon anfangen ja fang an muss ja erst schauen wo das ist schnell die Zeit auf einstellen und dann verdiene keinen Euro Spaß nee 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 wir wollen ja schon verspälen wenn mein Kollege auch was zu tun hat hier die ganze Zeit durch die ganze Zeit nur rumsteht ich hab eigentlich noch ich muss eigentlich noch mein Stroh einsammeln wo ist denn das zum verdichten steht auf dem Hof ja muss schauen der Gerät steht auf dem Hof der Gerät wo ist der Gerät der Gerät ist auf dem Hof du verschwanden haben ja ja ich sehe schon der Gerät ja 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 du äh englisch Player oder englisch Speaker no du 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 hast du 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 Ich kann das mal umschneiden oder wie? Nee, ich weiß ja nicht. Oder du vergiftest irgendwie die Augen, also dass es keine flusche Milch gibt. Kann das auch was los? Der Herr Kollege hat wieder seine Dammischen 5 Sekunden. Nee, 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 nee. Ich kenn dich. Ich weiß ganz genau, was du für die Spielchen hier treibst. Das war keine guten. So, einmal rumgekommen und schon voll, geil. Was hast denn du? Gras habe ich angebaut. Oh Mann, baust du auch immer Gras an? Ich habe hier eine ganz große Grasfläche. Ohne Gras funktioniert ja bei meinen Kühen nichts. So einer bist du also, gell? Das stört doch etwas. Wow, ich häng schon wieder fest. Sorry. Und? Grissi. Was läuft? Ich bin gerade bei dir beim Verdichten. Ja. Ich hoffe mal, das soll nicht hier. Wie viel hast du schon bei dir das? 50 Prozent. Erst? Hey. Ich dachte schon 100. Boah. Boah. Ich kurz vor anderen Minuten angefangen. Er ist schon wieder klappenfertig. Boah, Alter. Ich brauche einen Dachtor, der schneller fährt, ey. Diese 43 Grammar hier. Buckelst du dich an, das ist nicht mehr normal. Du siehst, jetzt weiß ich, warum ich einen anderen habe. Jetzt weiß ich, warum du einen JCB geholt hast, Alter. Auf lange Strecken habe ich einen JCB. Boah. Junge, Junge, Junge. Wie 43 jubelig, ey. Wie ich jedes Jahr in Silvester bin ich fertig mit dem Einfahren, ey. Soll ich das Dings offen lassen, das Silo, oder soll ich dann zurechen, wenn ich fertig bin? Ja, lass mich wieder offen, wenn du fertig bist. Okay, pass mal. Ich weiß ganz genau, ob ich da noch was reinkommen möchte oder was anderes mache. Hä? Gib doch Gas! Okay, okay, Herr Kollege. Wird gemacht. Es löst. Nix. Bin doch schon Gott bei dir gemacht. Wer verdient. Einmal vertraut man den Leuten. Schon machen wir alles kaputt. So. Die ganze Zeit hat der was gelaufen. Ich stelle den Gegner ein, als Sklave, und jetzt habe ich ihn genommen, Junge. Bam, Alter. Weiß die Tür auf. Meine Hüte. Ach du Scheiße, wie soll ich hier reinkommen? Wie geht das wieder, der mit dem Spenden für den Link nicht? Ausrufezeichen Spende. Aber bitte, Julian. Bitte. Das muss heute sein. Wie gesagt, du kannst hier ein Eis... Jetzt hänge ich! Ich kaufe mir kurz eine Modersäge. Das steht aber nicht in den Regeln drin, damit du eine Pingsbums umsiegen lässt. Ist mir scheißegal jetzt. Was? Es wäre gleich Beschwerde hinlegen. Ach kacke, kein Zugang zum Land. Kannst du mir einen Zugang geben? Na. Ich hänge... Es gibt es nicht. Jetzt. Ach, kein Ding, Junge. Alter, ich hänge hier überall fest. Wo ist denn der Herr Kollege? Ich gehe hier fest, ey. Wo ist denn der? Ich hänge hier an der Scheißbügel fest, ey. Lass ihn, Herr Kollege, dort rein. Ah, ja. Ah, ja, ja, ja. Jetzt hängt... Das gibt's nicht. Der Kollege, wo... Herr Kollege, nur eine Frage einmal kurz. Ey, bleib mir stehen. Was ist los? Bleib mir stehen. Hallo. Wow. Herr Zeit, was ist los? Wo haben Sie Ihren Führerschein gemacht? Bei Ihnen. Bei mir? Ich bin aber leider kein Vorlehrer. Ja, das ist der gleiche Link. Ja, ohne in der Videobeschreibung ist ein Link zum Spenden. Aber es ist genau der gleiche Link, wie immer. Genau. Wir hatten hier die Tür aufgemacht. Hier büchsen ja bald die ganzen Viecher hier aus. Das waren Sie selber. Ja, ja. Hm? Schieß wieder auf mich. Ja, ich habe keinen Zugang zu Ihrem Ding noch. Ah, ja, ja. Der hat sich wieder schnell geholt hier. So, erstes Frischgas. Danke, kein Ding. Ich muss ziehen. Ich danke. So. Fudi, Futter, Wutter gibt's hier, Leute. Ey, frisch ist groß. Ja, muh. Frisches Euter haben sie hier, ey. Hm. Der Kollege wieder. Will es ja auch immer so sein, ey. Nee, das ist nett. Muuu. Ach joa. Das löst. Nix. Mal gucken, wie es zum Team jetzt geht. Jetzt. 42.000 Liter, Junge. Das ist verfressene Viecher hier. Aber es soll nicht sein. Stroh brauche ich erstmal nicht. Loll. Ich habe bemerkt, wie es zum Team ist. Komm, schnell mal her. 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 Steck aus, steck aus. Warum? Loll, jetzt ist es weg. Vergiss es. Hat sich schon erledigt. Alles gut mit dir? Soll ich ihn praktisch schicken? Nein, es war gerade ein Vogel. Da ist gerade senkrecht die Dings nach oben gegangen, die Mauer. Komm, kippe ich hier den Rest noch rein. Hast du auch noch ein bisschen mehr zu verdichten, ne? Mann. Das macht aber dann extra 10.000. Nee, 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 nee. Ich kippe nur die Leitung hier ab. Ähm, ich will was anderes. Hallo, kipp doch ab. Wir müssen mich verarschen, oder was. GWS frisch. Ist frisch. Ist krass. Oh, komm, Alter. Ich muss hier mal kurz was holen. So krass. Siehst, wenn der Kollege es eh nichts auskommt. ja ja ist klar viele nämlich schnell geld machen leute deswegen brauche ich das gerät schreibt es gerne mal in die komme über kommentare was er so gut hat und gekauft hat wird mir mal interessiert ist oder sowieso aber sie ist nicht ein ernst julian das ist so nett dann ernst was hat er denn jetzt muss ich mal kurz in seinem stream schauen was da passiert ist wohl zurück im stream mir ist ja nichts passiert was soll das sein spurt zurück du fährst ja gerade mit dem du jetzt einer ich bin da am verdichten du schiffst gerade hinter was passiert du musst ein bisschen du brauchst nur ein paar sekunden zurück spuren julian ich weiß wie wie oft ich mich bedanken soll danke für die drei euro ich weiß gar was dazu geschrieben was ich muss kurz gucken die spenden mir schon wieder was alles gibt es nicht ach du scheiße an derzeit wann bist du denn hier gerade früher nachkommen hi hi da sind sie der felix ist da oder ich komme gleich noch ah der kevwin ist da der kevwin ja richtig jetzt bin ich jetzt muss ich kurz einmal schauen ein euro war ja jetzt sind wir noch drei leule 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 oh yeah oh yeah hat das ding hinten eine annäherkuplung ne hat es natürlich nett ist ruhig zweimal fahren zeitverschwendung ist fuck aber dafür verdiene ich halt umzu schneller geht oh ja ich hab die idee ich hab die idee ohohohohoh geil ich hab die idee ne der äh hat gesehen das pecky angerufen hatte aber ist halt nie reingekommen ich habe eine richtige idee leute also julian noch mal eine riesen riesen danke schon an dich hier ist echt nicht nötig also der profis gott am berg beim graus verdichten ich habe so eine geile idee leute ich schreibe so nicht gut ich schreibe es gerne in die kommentare wo es auch gerade so redet und ja wir werden wahrscheinlich dann auf silage er auf mich vorzunehmen ich weiß nicht warum der kollege sie immer stummt aber bleibt für mich mehr übrig und 6 ja ich brauche mich nicht stummen weil wenn du dich stummst dann rede ich auch mal wieder dann bleibt mir noch einmal stumm im ofen aber julian trotzdem noch mal ein riesen dankeschön an dich ey das ist echt hallo guckle das ding doch an hier muss ich in das ding einsteigen? ähh der silo ist fertig verdient ok jetzt kann man in das ding nicht einsteigen so fahren wir mal schön durch seinen stall ne ich muss das ankuppeln aber ich hab wieviel ps brauche das ding doch kann das dann selber laufen schreibst du gerne mal in die kommentare was er so macht ne das muss glaube ich selber laufen das äh muss sich was anhängen das halt ich tue gleich den anderen auch noch hier hoch so aber das war's dann auch schon wieder mit der folge schreibst du gerne mal in die kommentare was er so macht also spionieren nicht vergessen schaut beim lieben justin vorbei also les profi und dann war's das bis dahin macht's gut ciao 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 Bis zum nächsten Mal.